Hat der Winter Einfluss auf die Häufigkeit deiner MS-Schübe? Was sagen Ärzte dazu? Jetzt im Video. Viel Spaß! Bei uns in Mitteleuropa ist die Multiple Sklerose die häufigste chronisch entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems. In der Äquatorialzone hingegen ist die Erkrankungshäufigkeit deutlich geringer als in den nördlichen und in den südlichen Breitengraden. Das kannst du gut auf der Karte erkennen. Je weiter die Farbe in das Rot umschwenkt, desto höher ist die Häufigkeit einer MS-Erkrankung. Hat die Sonneneinstrahlung also etwas mit der Multiple Sklerose zu tun? Eine große Studie aus den USA bestätigt, dass MS-Schübe sich zu Beginn des Frühjahrs häufen, wenn im Winter weniger die Sonne scheint. Die internationale Untersuchung wurde unter der Leitung von Dr. Tim Spellman vom Royal Melbourne Hospital durchgeführt. Die Forscher untersuchten dabei ungefähr 10.000 MS-Patienten, die insgesamt aus 30 Ländern kamen, analysierten ihre Schübe und verglichen ihre Daten in einem Zeitraum von über 8 Jahren miteinander. Insgesamt konnten 32.000 Schübe bei den Patienten ausgewertet werden. Die Forscher fanden heraus, dass die wenigsten Schübe im Herbst auftreten, die meisten hingegen am Winterende oder zu Beginn des Frühjahrs. Sie fanden weiter heraus, dass sich das Datum der meisten MS-Schübe am UV-Minimum des Wohnortes orientiert. Doch was heißt das jetzt genau? Die Forscher vermuten, dass das UV-Licht die Produktion immunmodulatorischer Substanzen fördert. Dazu gehört auch vermutlich das Vitamin D. Wenn du dich zum Beispiel im Sommer viel in der Sonne aufgehalten hast, dann ist der Anteil dieser immunmodulatorischen Substanzen hoch. Über den Winter hingegen flacht der Anteil wieder ab. Somit steht dem Körper zu Ende des Winters auch weniger Vitamin D zur Verfügung. Damit erklären die Forscher um Spellman die gestiegene Anzahl von Schüben zum Winterende. Auf vereinfachte Art gesagt bedeutet dies, je höher die natürliche UV-Strahlung ist, desto geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit von Schüben. Die Forscher sind sich allerdings auch darüber einig, dass das Licht nicht nur unseren Vitamin-D-Haushalt mit beeinflusst, sondern viel, viel mehr. Wenn du weitere Informationen haben möchtest, dann klick dich doch einfach einmal rein. In der Infobox findest du Näheres zu der Studie. Und ansonsten herzlichen Dank für das Einschalten. Wir würden uns freuen, wenn du das Video mit deinen Freunden teilst und auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Lass uns gerne einen Like da. Alles Gute für dich.